Schon Besuch am Start, aber noch kein Essen auf dem Tisch? Kein Problem. Passend zum Prosecco D.O.C. Rosé wird's mit diesen Zutaten richtig lecker. Los geht's mit der Beize für den Fisch. Hier wird definitiv nicht mit Geschmack und Würze gegeizt. Die Fenchelwürfel sind gefallen, mit ihnen kommt süßes Anisaroma ins Spiel. Danach geht's Avocado und Granatapfel an den Kragen. Zusammen mit frischer Minze ergänzen die beiden Superfoods unseren Prosecco D.O.C. Rosé. Perfekt. Jetzt noch schnell alles anrichten und das farbenfrohe Perfect Match zu unserem Drink darf genossen werden. Cheers, auf einen schönen Abend.